Prinz William fordert in einer wegweisenden Erklärung ein sofortiges Ende der Kämpfe in Gaza. Prinz William warnte davor, dass im israelischen Konflikt mit Gaza zu viele getötet wurden und forderte ein Ende der Kämpfe und die Freilassung der Geiseln. Prinz William hat gesagt, er wolle so schnell wie möglich ein Ende der Kämpfe sehen, als er eine große Intervention im Israel-Gaza-Konflikt durchführte. In einer scharf formulierten Erklärung vom Dienstagnachmittag sagte er, es sei von entscheidender Bedeutung, dass humanitäre Hilfe nach Gaza gelangt und dass die Hamas die verbleibenden Geiseln freilasse. Der 41-jährige Prinz von Wales sagte, er weigere sich, den dauerhaften Frieden im Nahen Osten aufzugeben, und forderte ein baldiges Ende der Kämpfe. William gab diese scharf formulierte Erklärung im Vorfeld einer Reihe von Engagements ab, um das menschliche Leid anzuerkennen, das durch den anhaltenden Krieg in der Region und den darauffolgenden Konflikt in Gaza verursacht wurde. Der Express geht davon aus, dass die Regierung und das Auswärtige Amt im Vorfeld umfassend über den Inhalt von Williams' Rede informiert wurden. Der Thronfolger sagte, ich bin nach wie vor zutiefst besorgt über die schrecklichen menschlichen Kosten, die der Konflikt im Nahen Osten seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober verursacht hat. Zu viele wurden getötet. Ich möchte, wie so viele andere auch, dass die Kämpfe so schnell wie möglich ein Ende haben. Es besteht ein dringender Bedarf an verstärkter humanitär Unterstützung für Gaza. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Hilfe ankommt und die Geiseln freigelassen werden. Manchmal wird erst angesichts des schieren Ausmaßes menschlichen Leids deutlich, wie wichtig dauerhafter Frieden ist. Punkt. Selbst in der dunkelsten Stunde dürfen wir nicht dem Rat der Verzweiflung nachgeben. Ich halte weiterhin an der Hoffnung fest, dass eine bessere Zukunft gefunden werden kann, und ich weigere mich, diese Hoffnung aufzugeben. Punkt. Heute wurde bekannt gegeben, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales alle Opfer des Gaza-Krieges in ihren Herzen und Gedanken tragen würden. Als William 2018 als erster König offiziell Israel und die palästinensischen Gebiete besuchte, versprach er, den Frieden im Nahen Osten zu seinem lebenslangen Projekt zu machen. Er wird Helfer treffen, die bei der Bereitstellung humanitär Hilfe in der Region helfen, sich über die Erfahrungen der Menschen vor Ort informieren und separat an einer Synagogendiskussion mit jungen Menschen aus verschiedenen Gemeinschaften teilnehmen, die sich gegen Hass und Antisemitismus einsetzen. Bei den Razzien der militanten Palästinenser-Gruppe Hamas am 7. Oktober kamen etwa eins. 200 Menschen ums Leben, etwa 250 wurden als Geiseln genommen. Noch immer halten Militante etwa 130 Geiseln fest, ein Viertel von ihnen gilt als tot. Nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums in Gaza sind durch den Krieg mindestens 28 985 Palästinenser getötet worden. Es gibt neue Befürchtungen über eine Eskalation des Konflikts, wenn israelische Streitkräfte in Rafah, eine Stadt und wichtiger Hilfslieferungspunkt im südlichen Gaza-Streifen, vordringen. Der Vorsitzende der arabischen Gruppe in diesem Monat, Tunesiens UN-Botschafter Tarek Ladib, sagte am vergangenen Mittwoch vor UN-Reportern, dass etwa 1,5 Millionen Palästinenser, die in Rafah Sicherheit suchten, mit einer katastrophalen Situation konfrontiert seien, wenn der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu eine mögliche Evakuierung von Zivilisten und Militärs durchführe Offensive im Grenzgebiet zu Ägypten.